Mit vier Handgepäckstücke. Wenn ich den Koffer mitnehmen durfte, war mir zehn Minuten zu spät. Zeig mal dein Handgepäck. Das ist das wichtigste Hammer. Was ist das? OBS. Jetzt gehen wir auf Hotelsuche, weil das haben wir natürlich auch noch nicht. Erster Tag, Sonnebrand, Schulterschmerzen hier vom Koffertragen. Ich zeig's euch mal. Und jetzt die ganze Weiber. So Helmut, noch Lady Gaga, noch Massage, noch Cocomelon, noch Fikifiki, noch Sanklässe, schöne Uhr, Blasen, fünf Euro Geldbeutel. Das ist geil. Ja, Helmut. Helmut. Ja. Kannst du mal den Statepunkt abgeben? Ähm, das ist ein Thema, den hab ich hier gerade kennengelernt. Chino! Waaaaaah! Jo Freunde, jetzt sind wir gerade am Liege einsteigen. Und es ging schon einiges schief. Was ging ich schief? Freunde, verwundert euch nicht, warum wir jetzt waren nicht die Hand... Oh, die Kamera ist zu. Sie glauben es nicht, oder? Wir haben nicht die Handgepäckte raus, Freunde. Wir waren irgendwie... Zu spät. Zu spät. Ja und ich fang an zu sch... Leute, unser Tag ist eigentlich schon wieder gelaufen. Wir sitzen hier am Flugzeug und sind mit vier Handgepäckstücke abgereist, weil wir quasi unseren Koffer nicht mitnehmen durften, weil wir zehn Minuten zu spät waren. Tamara war an der Zeit, wo ich das abgecheckt habe auf der Toilette. Also mir lag es nicht. Meine Mutter ist ans Autokran, hat noch zwei Tüte aus dem Auto geholt. Wir haben alles rumgeschaut. Solche Tüte reisen ja in den Urlaub. Wie die quasi... Die Plotters. Ja. Wir müssen in Mallorca erst mal ein gutes Einkaufs starten, weil wir haben ja eigentlich nichts mehr dabei, außer Kleider. Kein Duschzeug, keine Zahntüste. Nichts. Wir laufen durch Schweiß, wir haben jetzt die ganze Tüte innerhalb von einem... Man muss sich durch das Flughafen rennen, weil der Flieger hier gestandet ist. Wir waren die letzten, die hier eingestiegen sind. Ich schwitze. Ich will jetzt sofort ins Wehr springen. So, was los? Was passiert? Gelandet? Ja, gelandet und warte, bis es rausgeht. Zeig mal dein Handgepick. Mein Handgepick ist hier. Oh, unser Koffer, meinst. Jetzt kannst du schon mal kurz erzählen, was passiert ist. Ne, das ist mal unser Mache. Freunde, ich hab schon Bier trinken müssen. Ich war so... Ich hab eine Stunde Schlaf. Wir sind zehn Minuten zu spät im Check-In dran gewesen und durften keine Koffer mehr mitbringen, mitnehmen. Haben dann alles in zwei Tüten gepackt, die eh schon voll waren. Haben dann nochmal zwei Tüten geholt und habe alles da irgendwie reingepfercht. Aber jetzt ist die Kamera zugegangen. Ich liebe meine Kamera. Und habe hier irgendwie alles irgendwie reingepfercht. Sag mal das. So, schenk mir auch meine Kamera. Das ist richtig stark, Mama. Was ist das? OBS. Ja, super. Jetzt erst raus. Wann hättest du gedacht? Dann nehmen wir mal wieder rein. Und wir melden uns dann nachher zurück. Bis dann. So, Freunde, wir sind jetzt gelandet. Wir sind hier in Palma. Wir sind hier an einem offiziellen Bus. Weil man zwei oder bis vier Stunden anstehen muss. Schon Leute anstehen müssen, die sogar schon vorhergehend ein Auto gemielt haben. Tamara sucht gerade auch. Ja, perfekt, Mama. Tamara durchsucht gerade unsere 50 Tasche. Weil wir durften... Ups, meine Kamera ist schon ein bisschen kaputt. Bei uns läuft alles richtig. Nachdem... Ja, wie er unsere Taschen ja nicht mitnehmen durfte. Nachdem er zu spät eingecheckt habe, haben wir halt alles hier reingeschmissen. Wie gesagt, das wichtigste haben wir. Sorry, aber mein Display ist ein bisschen hier. Also Parfüm habe ich auf jeden Fall dabei. Wir haben die Hälfte nicht mitgenommen. Die Hälfte wurde uns abgenommen beim Controlling. Wir haben halt alles irgendwie... Wir haben halt innerhalb von fünf Minuten da der Flieger... Das war keine fünf Minuten. Der Flieger abwischen müssen. Und jetzt... Und du musst ihn innerhalb von zwei Minuten umpacken. Tamara hat noch ihn geschlendert. Die hat noch umgeschlendert. Ich habe bunke mit Händen und Füßen, aber... Ich habe es genossen. Ich habe gedacht, einfach mal das Leben chillen. So true. Ja, man... Ja, man hat sich nämlich nachher zurück... Jetzt gehen wir auf Hotelsuche, weil das haben wir natürlich auch noch nicht. Ja. Die Reiseleiterin hat gerade... Es läuft alles schief, was überhaupt nur schieflau bekannt. Die Reiseleiterin hat gerade gemeint, es wird schwierig mit Hoteln. Yo, servus Erdnuss. Hallo Freunde, hallo genau du. Und zwar, wir melden uns wieder zu Wort. Erschertag, Sonnebrand, Schulterschmerzen hier vom Koffertragen. Ich zeig's euch mal. Weil wir ja unseren Koffer vergessen haben, haben wir vier so Handgepäckstücke hier rumgeschleppt durch die... Entschuldigung. Nicht vergessen, wir durften sie einfach nicht mitnehmen. Bei der Suche nach unserem Hotel, weil wir ohne Hotel hierher geflogen sind. Alles perfekt machen. Nach fünf Hotels hatte man eins. Ja, weiter? Ich hab die Farbe verloren. Ich hab die Farbe verloren. Jetzt geht's dann gleich in den Bierkönig, Bambuleo geht's, in den Megapark. Ich hab schon mit den ganzen DJs kommuniziert. Jetzt kommen wir gleich hier vor an den Ballermann 8. Da ist in der Nähe unser Hotel. Da treffen wir unseren Kumpel Dennis, der ist damals... Mein Halbbruder ist damals ausgewandert nach Mallorca. Und ähm... Ja, dann gucken wir mal, wo wir da haben. Läuft bei dir? Läuft. Läuft bei dir? Läuft bei dir? Bei mir läuft. Nachdem er ein Hotel hatte, lief bei mir alles. Davor war alles so... Naja, am Flughafen war es einfach... Children is a promised land. Ich hab das gejaule, wolltest du dann aber nicht hören. Ich schneide mein Ländchen aus. Raus. So, dann zeig ich euch mal. Jetzt sind wir gleich da. Freunde, ich hab ne Bauchtasche heut an. Einfach so, weil ich mal wissen wollt, wie das aussieht. Wie cool man sich da fliebe kann. Wir waren heut Mittag schon ein bisschen angetrunken. Waren auch im Meer schon. Ja. Ein bisschen schwimmerlich gemacht. Mit einer Stunde Schlaf hab ich mich dann jetzt grad noch ein bisschen hingekriegt. Bis dann Tamara gesagt hat, jetzt wird's Zeit. Acht Uhr. Auf jetzt. Zeit zum Feiern gehen. Und jetzt sind wir gleich am Badermann Acht. Und später melden wir uns zurück, wenn nicht Dennis wieder vom Tisch fliegt mit seinem Schottenrock. Ich bin ein kleiner Insider, also das erzähl ich vielleicht ein anderes Mal. Das ist schon bei sein müssen ehrlich. Dennis damals Schottenrock und am Schottenrock zieht ja nix drunter. Wir haben auf dem Tisch getanzt. Er hat auf dem Tisch getanzt und er ist runtergefallen im Vollsuff. Und natürlich das ganze Ding oben und die ganzen Weiber geguckt. Die ganzen Weiber geguckt. Warte. Ja. Fehlverbreiten kommen nicht dazu zum Regeln. Juckt hier niemanden. Musch aufpassen, dass er nicht überfahren lässt. Hier treffe ich ja übrigens mein T-Shirt, was ich mir noch kaufen werde. Dicke Titten Kartoffelsalat. Zeig die mal. Ich finde das auch gut. Ich glaub das hole ich mir auf. Ja. Nein, da gibt's ja noch keins mit äh... Läuft bei dir. Nee am besten... Oh fuck. Leute, das Ding kostet in der Herstellung 20 Cent. Verkaufe sie für 10 Euro. Aber das ist, ob es mir sowas steht. Ich bezweifle, dass das nicht steht. Ja fuck. Aber so eins muss ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe immer noch Lady Gaga, eine Massage, eine Kokomelone, Fikki, Fikki. So ein Sandklässchen, Urblasen, 5 Euro, Gelbbeutel. Das ist geil. Auf jetzt, wir müssen weiter. So. Nee, kein Problem, alles gut. Alles gut. Bleib bei mir. Au, du bist mir auf den Zug gestammt. Boah, die geile Palme hier, Leute. Ja, so ein paar Palmebilder hätte ich noch gern. Kannst du das zu mir machen? Also nicht im Zufall. Guckt euch diesen Strand an, Mädels. Und, Jungs. Was? Keine Wolke am Himmel, nichts. Acht. Was? Acht. Das ist ein bisschen viel zu weit gelaufen gewesen. So, hier steht Badermann 8. Jetzt warten wir hier auf den Dennis noch. Und dann gehts los. Also bis nachher. Yo, Freunde, hier Helmut 1, Helmut 2. Wir sind hier im Bierkönig. Party oder so. Ja, Helmut. Helmut. Ja. Warte. Warte. Hab ich doch schon. Ich schick's dir. Kannst du mal den Setpunkt abgeben? Ähm, das ist ein Thema, den hab ich hier grad kennengelernt. Cooler Typ aus...